Musik So, es geht auf in den ersten Stock jetzt, mit Zelda. Dö, dö. Ich frag mich, ob die sterben kann. Wenn jetzt von irgendwas getroffen wird. Nun gut, bis in den ersten Stock sollten wir kommen. Ja, hier waren wir ja auch schon. Erstmal müssen wir den ganzen Weg zurück. Man könnte auch hier den oberen Weg, hätte man nehmen können. Aber ob der was gebracht hätte, ich weiß nicht. Man wäre vielleicht an den Gegnern vorbeikommen. Oh, die leben noch, weil sie runtergefallen sind. Stimmt. Äh. Denk ich mal. Dass wir deswegen noch leben. Stirb. Äh. Ey. Stirb. Ey. Geh. Sterben. Alter. Der hat mir ziemlich viel gezogen. Haben wir hier auch Herzen drunter? Nein. Mua. Das war nicht nett. Gib mir ein Herz. Ja. Schön. Was wäre hier oben? Ach, nichts. Gut. Ach komm, warum gibt's die schon wieder alle? Herz. Na. Und jetzt? Wo müssen wir hin, Zelda? Sag doch was. Mann. Hä? Stirb. Genau wie du. Ey. Sterben sollst du. Danke. Warum sagt Zelda nichts? Ähm. Gut. Kommt runter aus, gibt's einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut. Okay. Und wo ist der Thronsaal? Bestimmt hier oben lang. Wo die blauen Ritter waren. Ähm. Aufladen. Tot. So. Und jetzt? Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich Stockfinzler drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her. Hilf mir beim Schieben. Wir müssen von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Gott. Ähm. Dann muss ich ja wohl um... Äh. Falsche Taste. Umrüsten. Damit wir eine Lampe haben. So. Stirbratte. Äh. Ich kenn mich hier nicht aus. Ähm. Ach. Falsche Taste gedrückt. So. Diese Ratten nerven nämlich. So. Haben wir hier Magie unter? Nein? Doch da haben wir ein bisschen Magie. Machen wir hier oben nämlich nochmal. Das brennt ja für eine Zeit lang. Äh. Stirb. Ratte. Danke. Oh, ein roter Rubin. Oh. Oh. Ah, Helen. Oh, Schlangen. Autsch. Au. Geht sterben. Ah, danke. Herz. Stirb. Weiter. Ähm. Äh. Stirb. Fledermäuse. Ähm. So. Äh. Na, so ganz bin ich mit der Steuerung nicht vertraut. Stirb. Und du auch. Genau wie du. Danke. Den brauchen wir wohl. Um weiterzukommen. Ja. Link, vorwärts ist es ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ähm. Ach, ins Wasser können die Ratten anscheinend nicht. Das ist schön. So. Wow, wie viel sind denn das? Jetzt töten wir einfach mal. Schön, schon 70 Rubine. Ich weiß nicht, wie teuer sowas hier ist, aber 70 sind, glaube ich, schon ein bisschen was. Oh, hier ist Magie. Ähm. Geht. Sterben. Autsch. Hier nehmen wir mit. Und nehmen wir noch das Herz. Ah, hier können wir wieder was anzünden. So. Ey. Doofe. Ratte. Hier ist nichts. Die müssen wir bestimmt... Ah. Ah ne, muss hier nichts töten. Ähm. Oh, Magie. Schön. So. Und die will ich aber auch noch töten. Au. Ey. Danke. Ist hier noch was? Nö. So. Ey. Schlüssel. Und da ist noch einer. Gib mir ein Herz. Ähm. Sind noch zwei Fledermäuser. Haha. Weiter. Ja, Licht. Hä, was ist das? Kann ich da... Bomben kann ich da bestimmt später benutzen, wenn ich welche habe. Denke ich einfach mal. Wenn ich dann irgendwann mal welche haben sollte. Ey. Tofe Ratte. So. Zack. Und die andere bringen wir auch noch um. Herz. Nein. Schade. Und hier muss ich bestimmt einen Block... ...schieben. Na gut. So. Also ich muss sagen, dieses Spiel gefällt mir außerordentlich gut. Ich mag den Grafikstil und so. Äh. Warum gebt ihr mir keine Herzen? Du auch nicht? Na gut. Nein. 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 Auch nichts. Okay. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Okay. Das kriege ich hin. Hier an diesem Hebel, um die Tür zu öffnen. Drücke A-Knopf und steuert kurz nach unten. Ja. So. Und was wäre der andere? Ah, der falsche. Oh. Aha. Ein Wunder. Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Link? Ja, richtig. Link half mir, aus dem Kekker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Aghanim plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten, Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der Sieben Weisen brechen. Bitte, Link, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn dir das Siegel der Sieben Weisen brecht, werden böse dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an. Vernichte Aghanim, denn nur du bist dazu in der Lage, bitte... Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Master-Schwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahren der Sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus auf deiner Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und schüttere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Natürlich. Hab ich das. Äh, ich möchte aber... Komm, lass mich durch, dann mach ich das ihm so. Oh, ein Herzteil. Ein Herzcontainer. Ein Herzcontainer. Dein Herzteil ist gestiegen. Oh, das ist schön. Das gefällt mir doch. Oh, ist auch nicht. Sagst du hier noch was, Zelda? Link, pass auf dich auf. Ich hoffe, dass du gesund wieder zurückkehrst. Natürlich werde ich das. Ich bin nämlich Link. Oh Gott. Hier gibt's so viel. Ich mag diese Musik. Und? Ein Ruinur. Ich bin der Rasenmäher, Link. Und wenn's. Ach komm, du stirbst. Ey. Wenn du nicht wie dein Schwert immer in die ins Gesicht rammst. Ohne Witz. Oh. Wie ich bereits sagte, später können da irgendwie Gegner anscheinend drunter sein. Habe ich gehört. Und ja. Natürlich passiert das dann. Äh, nein. Nicht die Biene. Nicht die. Wow. Was ist das? Ach, das war ne Bombe. Ach komm. Ich bring mich hier jetzt noch um. Ich seh's schon. Ähm. Guck mir mal auf die Karte. Wo muss ich hin? Da. Jetzt nach links. Gut. Du, 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 du. Diesmal lade ich lieber auf. Sicherheitsmäßig. Ähm. Ähm. Du auch. Kein Tode. Danke. Ah, Herzen. Das ist schön. Und... Bäms. Das ist schon wieder eine Bombe. Gehen wir erstmal weiter nach links. Kann man das steht auch lesen? Dov Kakariko. Hä? Karakiko, oder? Ne, Kakariko. Okay. Bäm. Natürlich! Mann! Geh mir nicht auf so einen Piss? Ist eigentlich jemand ziemlich heiklich so unterfangen, das wegzumachen, aber... Da sind Rubine manchmal unter. So. Bombe. Ähm. Oder Mine. Wie auch immer. Ach komm, zwei tot und keiner hat mir was gegeben? Ist ja echt. Da bin ich jetzt schon... Äh, falsche Taste natürlich. Ähm. Ach. Da möchte ich aber mal wissen, was in diesem Haus ist. Was bist du denn? Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Es wird auch nicht teuer. Nein, kein Interesse. Wirst du so arm, dass du nicht einmal deine Zukunft wissen willst? Aber ich wette, auch du wirst meine Dienste irgendwann in Anspruch nehmen. Bestimmt müssen wir das noch. Bestimmt, wenn das schon sowas sagt. Dü, 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 dü. So. Das ist das Haus, soweit ich weiß. Aber bevor wir da reingehen, bis zum nächsten Mal. Ich bin deinem Kane, Diana Jones. Ich bin deinem Vergleich. Ich bin deinemüd節. Vielen Dank.